Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute, wie versprochen, ein kleines Tutorial, ein kleines Get Ready With Me mit meinem nagelneuen Produkt, dem Microfiber Multitool. Ich werde euch heute ganz genau in einzelnen, detaillierten Schritten erklären, wie ihr damit am effektivsten, am schönsten, am geairbrushsten arbeiten könnt und euer Make-up auftragen könnt. Und ihr wisst es, dieses Schätzelein hat meine komplette Make-up-Routine verändert und ich freue mich ganz doll, dass es jetzt endlich draußen ist, ich es nicht mehr verstecken muss und ihr es jetzt schon kaufen konntet. Die ersten werden es sogar schon haben vermutlich. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir versenden ja auch alles hier selber einzeln verpackt von zu Hause aus. Und zuallererst erstmal vielen, vielen Dank für den Support. Stand heute ist, heute in einer Woche ist der Launch. Ich weiß noch nicht, ob noch was da ist. Falls noch was da ist, der Link zum Shop ist einmal unten in der Infobox. Falls nichts mehr da ist, vielen, vielen Dank. Ihr seid der Wahnsinn. Ich arbeite dann schnellstmöglich an einem Bree-Stock. Aber ich will erstmal gucken, wie das Produkt bei euch ankommt, weil es halt so ein bisschen was anderes ist. Und ich hatte es in dem Launch-Video von Mittwoch schon erklärt, was man damit machen kann und warum es mir so wichtig war, dieses Hybrid-Produkt zu entwickeln. Denn nein, es ist natürlich nichts komplett Neues. Und ja, es gibt ein ähnliches Produkt von Blendiful, es gibt Washi, es gibt viele, viele verschiedene Produkte. Aber keins der eben genannten hat für mich das gemacht, was ich möchte. Und ich möchte Produkte rausbringen, die meine Routine und eure Routine verbessern. Denn ich weiß, wenn ich etwas mag, dann würdet ihr es auch mögen. Und ich glaube, mit dem Microfiber Multi-Tool können wir einfach ganz, ganz viele tolle, ebenmäßige und schnelle Ergebnisse erzielen. Ihr seht es, ich bin ready, ich bin nervös, ich bin hyped. Ich freue mich und ich rutsche ein Stückchen näher zu euch. Freunde, das Schätzelein sieht einmal so aus. Ihr wisst es, hier ist kein zusätzliches Plastik mit drin. Auch in der Verpackung, wie das Produkt zu euch geschickt wird, ist kein Plastik. Selbst das Klebeband ist aus Papier. Und in der Verpackung sind zwei Microfiber Multi-Tools. Wir haben hier den Giacomo Tag und hier stehen nochmal so ein paar kleine Waschinformationen mit drauf. Eins benutze ich immer zum Abschminken, eins zum Make-up machen, beziehungsweise habe ich hier 50 rumliegen und 50 im Bad gefühlt. Aber ihr könnt morgens die eine Seite zum Schminken benutzen. Ihr habt ja vier Seiten, Foundation, Concealer, Cream-Contour, Cream-Blush und Puder. Und die Rückseite, damit könnt ihr euch dann abends abschminken, beziehungsweise geht da ins Bad, macht ein bisschen Seife rauf und könnt euch dann damit auch abschminken. Ich habe hier schon eins, was ich vorhin schon mal benutzt habe. Deswegen sieht es jetzt nicht mehr ganz so Ästhetik aus. Aber ich hebe das tatsächlich auf für ein anderes Video. Das ist hier, da habe ich nämlich den Tag abgeschnitten, um nicht zu viel zu verraten. Ihr seht es, meine Haut ist schon so ein bisschen vorbereitet. Ihr habt es im Video am Mittwoch gesehen, ihr könnt Primer damit auftragen. Ich trage im Moment eigentlich keinen Primer, deswegen starten wir gleich mit der Foundation. Und ihr werdet sehen, wie krass der Unterschied ist, wie sich Foundation in meinem Gesicht ausblenden wird, wie sich der Concealer verhalten wird. Das ist krass. Ich starte mit der L'Oreal Paris Perfect Match Nude Foundation. Die entspricht einfach im Moment total meinem Jam. Eine schöne Deckkraft, aber nicht zu doll. Und ich hatte es euch ja im Launch-Video auch schon gesagt. Durch diese besondere Mikrofaser spart ihr ungefähr 50% an Produkt. Ich habe jetzt hier einen kleinen Klecks, das reicht eigentlich für mein komplettes Gesicht. Ich gehe einfach mit dieser Mikrofaser. Die ist jetzt ein bisschen feucht. Ich habe mich nämlich damit schon abgeschminkt. Aber ich wollte euch zeigen, dass ihr auch feucht arbeiten könnt, um noch mehr Feuchtigkeit in eure Foundation zu kriegen. Ihr könntet sogar mit Setting Spray einfach ein bisschen raufgehen. Dann habt ihr einfach nochmal so einen noch langanhalteren Effekt. Und dann falte ich mir das so in die Mitte. Ich wollte es extra in dieser Form haben, weil ihr damit sehr vielseitig arbeiten könnt. Ihr könnt konturieren. Ihr könnt damit präzise unter die Augen gehen, ohne dass ihr euch mit Ecken, deswegen sind sie abgerundet, ins Auge stecht. Ich nehme den Schwamm und gehe einfach in die Foundation rein. Und ihr seht, sie sitzt direkt hier auf dem Schwamm. Und ich arbeite mir einfach das Produkt wie mit einem üblichen Beauty-Schwamm im Gesicht ein. Ich habe tatsächlich, seitdem ich das regelmäßig benutze, so gut wie gar nicht mehr zu einem Beauty-Blender gegriffen, weil ich einfach a, natürlich das Produkt sparen möchte und b, auch das Finish einfach viel, viel schöner finde. Ihr seht es schon. Dadurch, dass das jetzt natürlich feucht ist und ich mit so ein bisschen Setting Spray rübergegangen bin, kriege ich auch diesen Effekt auf meine Haut. Und die Mikrofaser setzt sich perfekt auf eure Hauttextur und umschließt. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn das eine Unebenheit ist, die Mikrofaser ist ja beweglich, der Schwamm ist das nicht, dann gehen die Fasern um diese Unebenheit rum und bedecken und decken ab die Unebenheit. Also grob gesagt, das ist die Faser und die geht hier auf die Unebenheit und ihr kommt damit wirklich in jede Pore, auf jede Pore, auf jede Unebenheit und ihr könnt wirklich präzise das Produkt einarbeiten. Eine Minute, das Gesicht wäre fertig, hätte ich jetzt nicht so viel gequatscht, aber ihr seht, glaube ich, direkt einen Unterschied. Wir haben eine sehr hautähnliche Textur, sehr frisch, sehr glowy und ich habe immer noch Produkt hier dran und kann hier die komplette zweite Gesichtshälfte machen. Wenn ihr Fragen zum Produkt habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich probiere wirklich alles an euch, alles zu beantworten, weil ihr wisst, das ist mein Baby, die ganze Marke ist mein Baby und das ist eine One-Man-Show. Das glaubt mir immer keiner, auch wenn ich mit Kolleginnen oder mit Marken rede. Ich bin ja oft bei anderen Marken und dann reden wir über meine Firma teilweise auch und viele können nicht glauben, dass das eine One-Man-Show ist. Ich sitze hier wirklich jeden Morgen, verpacke die Pakete, teilweise kriege ich auch Feedback, wenn ihr was bestellt um 16 Uhr und um 16.17 Uhr habt ihr schon die Versandbestätigung, dann ist das kein Systemfehler, sondern ich sitze hier, habe die Bestellung und sage, komm, ich weiß, dass ihr euch darüber freut, wenn ihr die Bestellung sofort als Versand markiert bekommt. Ich bringe sie dann abends spätestens am nächsten Morgen um 6 Uhr zur Post und ich weiß es nicht, mir ist es halt wichtig, dass ich auch diese Beziehung zu euch, als in dem Fall dann meinen Kunden, aber auch zu euch als meinen Freunden und meiner Community, einfach so, ja, so besonders wie möglich halten kann. Foundation ist eingearbeitet, look at that, der Glow ist da, es sieht aus wie Haut, wir haben keine Unebenheiten und ihr habt halt nicht diese Pinselstrokes, wenn ihr mit einem Foundation-Pinsel arbeitet, aber vom Effekt her wie ein Foundation-Pinsel. Weniger Produktverbrauch und eine schöne, ebenmäßigere Foundation. Ich hatte eigentlich eine Aufnahme gemacht, als ich die Inserts für das Launch-Video gedreht hatte wo ich damit auch konturiert habe. Das habe ich ins Video nicht mehr mit reingemacht, weil ich fand, das wäre zu viel gewesen. Ich nehme hier einfach eine Contouring-Palette, das ist jetzt die von Natasha Denona und gehe mit der Foundation-Seite hier einfach rein, habe Produkt dran und ich drehe mich mal ein Stück und kann das Produkt dann... Ihr kennt ja meine Kontur. Oft ist es so, dass sie fleckig ist, dass sie übertrieben ist, aber dadurch, dass es halt diese Mikrofaser ist, mit diesen besonderen Mikrofaser-Texturen, ist das einfach das perfekte Airbrush-Finish, ohne dass die Kontur zu hart ist. Ihr könnt sie aufbauen, ihr könnt noch mehr Produkt einarbeiten, aber ich finde, erst mal mit einem Creme-Produkt arbeiten und so diese leichte Konturen setzen, ist einfach so, so viel schöner. Kommen wir zum Creme-Blush und da nehme ich jetzt hier einen von Trini London und wechsle jetzt die Seite auf eine saubere. Gehe hier rein, habe das Produkt hier und kann dann auch hier punktuell, da wo ich es hinsetzen möchte, den Blush auftragen, ohne dass es zu viel ist. Weil mit einem Pinsel hat man immer nicht so die Kontrolle. Ich finde, wenn man wirklich, das ist ja, als würdet ihr das Make-up mit euren Händen auftragen, ohne dass es mit euren Händen auftragt, habt ihr einfach die perfekte Kontrolle. Wo geht das Produkt hin? Wie viel Produkt möchte ich an dieser Stelle haben? Und reicht es nicht vielleicht auch schon, diesen Natural Make-up-Touch zu haben? Und das super schnell. Also ihr müsst nicht viel verblenden. Einfach ein bisschen rüber, hier vielleicht ein bisschen über die Nase, unter die Augen, zack, fertig. Ich probiere das Ganze jetzt wirklich so ein bisschen schnell zu machen, damit ihr seht, wie viel Arbeit ihr euch erspart mit diesem Produkt und wie schnell ihr damit arbeiten könnt. Die größte Freude ist für mich natürlich der Auftrag von Concealer und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter. Eigentlich wollte ich erst wirklich ein Tool rausbringen, womit ihr euch abschminken könnt. Aber lustige Geschichte, ich hatte dieses Ding hier, das ist mein Muster gewesen in einer anderen Farbe, hatte das hier liegen und mein Schwamm, mein Beauty-Schwamm war unten. Und dann dachte ich mir, komm, probierst es einfach mal aus und das Ergebnis, das war so, so krass. Ich gehe einfach mit ein bisschen Concealer unter meine Augen. Jetzt, Freunde, passiert die Magie. Das ist, das ist verrückt. Ich habe noch nie einen so krassen, deckenden Concealer gehabt, wie mit dieser Technik, weil natürlich ihr kein Produkt verschwendet. Ich habe immer das Problem mit meinen Augenringen, ich will so viel der Kraft, wie es geht. Und ihr sagt immer, du benutzt so viel Concealer. I know, aber ich habe natürlich auch sehr intensive Augenringe, für mich zumindest, oder so fühlt es sich für mich an. Und dadurch habe ich einfach die meiste Deckkraft. Und ich gehe einfach mit der sauberen Kante, ihr könnt jede Seite nehmen, wie ihr wollt, hier rüber. Und ihr seht, wie perfekt ausgeblendet diese Kante jetzt schon ist. Also, ihr habt keine harten Konturen, die Mikrofaser passt sich eurer Haut an, sie passt sich eurer Hauttextur an. Und ihr habt ein Full-Full-Coverage-Ergebnis. Was ich gerne mache, ist, ich gehe natürlich auch hier unten immer so ein bisschen lang, will aber nicht zu viel Produkt hier dran haben. Und ich glaube, ihr seht direkt den Unterschied, oder? Concealer mit dem Microfiber-Multitool und kein Concealer, die Deckkraft. Und wenn wir das gleich noch bacon freuen, ne? Das ist das, was ich gebraucht habe, dieses, klar ist das eine Menge Concealer, ne? Aber ich habe halt jetzt die Möglichkeit, die Deckkraft zu behalten und nicht das Produkt zu verschenken in den Schwamm, was am Ende des Tages bei mir im Bad landet. Sondern das Produkt bleibt dort, wo ich es setze. Ihr verblendet es nur. Schaut mal, hier ist ja so gut wie kein Produkt dran, ne? So ein bisschen klar Reste hier in der Naht. Aber ihr könnt damit... Es speichert kein Produkt. Okay, Concealer ist ausgeblendet. Jetzt kommen wir zu einer meiner liebsten, wie heißt das? Disziplinen. Disziplinen. Und zwar ist es das Bacon. Ich nehme mir meinen Bacon-Tuder. Das ist das Huda Beauty Pound Cake. Das hier rein. Hier noch eine trockene Seite. Und ich gehe nur ganz leicht rein. Ihr seht, ne? Da ist ein bisschen was dran. Ich gehe erst in meine Hand und sette damit ganz leicht. Damit ihr sehen könnt, wie es aussieht, wenn man nicht viel Produkt benutzt. Und ihr habt direkt innerhalb von Sekunden das weich gezeichneteste Make-up überhaupt. Hier ist es Glow-Y und ihr seht die Porn. Hier nothing. Excuse me. Creases sind dadurch reduziert, weil diese einzelnen Fasern sich in eure kleinen Fältchen unterm Auge legen und dort das Puder platzieren. Das schafft ein Schwamm, schafft das nicht. Alleine physikalisch schon nicht. Der kommt nicht in diese kleinen Rillen. Aber diese kleinen Fein-Härchen können perfekt euer Make-up unterhalb der Augen setten und dann auch fixieren. Gehe ich hier nochmal so ein bisschen über mein Augenlid. Und dann könnt ihr, wenn ihr richtig Lust habt, auf ordentliches Baken, nehmt ihr euch das Produkt und platziert es einfach unter euren Augen. Und mit dem Rest, den ich hier dran habe, denn hier ist natürlich noch Puder dran, könnt ihr einfach über euer restliches Gesicht gehen und alles setten, ohne groß noch neues Produkt aufzutragen. Das speichert natürlich auch ein bisschen Puder. Puder-Texturen bleiben hier dran besser haften als Cremetexturen. Deswegen geben sie hier auch zum Setten ein schöneres Finish. Aber, excuse me, boys and girls, she's blurred out. Was das Tool natürlich nicht kann, ist das Baking-Puder entfernen. Aber wenn ihr weniger Produkt benutzt, dann braucht ihr auch keinen Pinsel am Ende. Also, ihr könntet im Prinzip ein komplettes Make-up ohne Pinsel machen. Wir könnten jetzt mal hier spaßenshalber einen Blush gehen. Das ist die neue Palette von Charlotte Tilbury. Ich gehe jetzt hier in diesen Schimmer-Blush und platziere mir das hier. Boom. Platzieren mir das hier. Boom. Fertig. Nicht ausgeblendet. Also einfach nur rüber. Aber das blendet euer Produkt komplett alleine aus. Und dann für noch so ein bisschen Farbe im Gesicht nehmen wir noch diesen hier und platzieren den einfach hier weiter vorne. Ich zeige euch die Textur meiner Haut auch nochmal von nahm. Ohne Setting-Spray. Es ist wirklich komplett ebenmäßig. Und das ist einmal das fertige Ergebnis. Ausschließlich mit dem Microfiber Multi-Tool von Giacomo Cosmetics. Freunde, ich glaube ihr wisst, ihr habt es so oft schon bei mir gesehen und ich glaube ihr wisst, dass ich da ein ganz, ganz großer Fan von bin. Ich liebe das Produkt. Ich liebe die Anwendung und die Handhabung und im Prinzip kann ich mich jetzt damit auch gleich noch wieder abschminken. Falls noch was da ist, der Link ist unten in der Infobox und eure Fragen könnt ihr sehr, sehr gerne bitte in die Kommentare stellen. Ich gucke, dass ich alle beantwortet kriege. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Passt auf euch auf!